Hallo Leute, ich wollte euch mal kurz was sagen bezüglich der sportlichen Wettbewerbsleistung. Und zwar gibt es auch das Word-Dokument mit diesem mangelen Link. Ich kopiere den, um den nachher in die Beschreibung einzuholen. Ihr könnt wieder drauf und kommentieren, falls ihr Fragen zu etwas habt. So, ich habe die Bearbeitung blockiert. Nein, ich habe gemacht, dass ich nicht bearbeiten kann. Aber jeder der Dinge nimmt, darf drauf ohne Anmeldung und darf dann kommentieren. Ich glaube, das ist 10. Ah, sag ich. Ja, 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 ja. Ja, 27. Ah, fertig. Ja. Ja. Hm. So, ein bisschen Abstand da ja nicht machen. Da. Hm, so. Was die warten könnte. Hä? Ja. Ja. Das ist schon mal hermgegangen. Ja. Ja. Das ist ja auch schon mal hermgegangen. Ich kann mich auch so ändern. Normalerweise kriege ich das Ganze und setze das Ganze ein. So, Ctrl A, Ctrl M, äh, was sag ich, Ctrl C, dann Ctrl A, Ctrl V. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Und ich habe auch wirklich das geändert. Und das ist eigentlich gleich vom Atelis wieder. So, dann war auch nicht alle Daten drauf. Deswegen noch ein paar. Ja. So, das war's nochmal. Und damit ihr das wisst, tschüss, bis zum nächsten Mal.